Ich bin Manuela Starkmann. Ich bin Heiler und ich helfe dir, zufrieden und gesund zu sein. Klarheit ist dafür die Basis. Persönlich, privat, beruflich. Und genau dafür, für diese Entwicklung, gibt es meinen Podcast. Liebe deine Klarheit. Ich habe das Gefühl, es ist Zeit, darüber zu sprechen. Dass du sorgsamer darauf achtest, mit den wahrhaftig zu dir passenden Menschen vereint zu sein. Wir haben heute eher unsere Familie und meinen, da müssen wir uns wohlfühlen oder wir müssen sie ablehnen. Es gibt da meist recht wenig in der Mitte. Und wir haben Freunde, von denen wir begeistert sind oder die sich, ich habe den Eindruck von dem, was ich höre, vor allen Dingen eben auch in den letzten eineinhalb Karano Jahren, so anders entwickeln, dass auf einmal viele Brücken abgebrochen werden, weil man keinen Zugang mehr zueinander hat. Ja, und dann mag es noch die Kollegen, Mitarbeiter, die Nachbarn, also wer den Weg einfach noch zusätzlich kreuzt, geben. Mir scheint, den wenigsten ist klar, mit wem sie sich wirklich umgeben sollen. Und ich glaube, dass wir oft das Gefühl haben, wir müssen jetzt mit unseren Eltern gut sein oder das war alles so kacke in der Kindheit, also brechen wir mit ihnen. Und ich möchte eher dich dahin mitnehmen, wie kommst du wirklich in eine tiefe Zufriedenheit mit dir, in deiner Selbstliebe, als auch mit und vielleicht auch durch die wahrhaftig zu dir passenden Menschen. Und um die Wahrhaftigkeit zu erkennen, ist im Beispiel Eltern bleibend schon mal total wichtig, von diesem End oder Weder wegzugehen. Und jetzt nicht, je nachdem, was da war, in strickstrümpfiger Liebe zu vergehen oder zu meinen, ich muss jetzt alles vergeben und verzeihen. Und ich halte es für einen esoterischen Vollblödsinn, wenn es sogar Kurse gibt, die Menschen zeigen, wie sie anderen bis hin zu Tätern vergeben und verzeihen müssen, damit sie in ihre Heilung kommen. Aus meiner Sicht ist das nicht nur richtig. Natürlich ist es friedlicher, wenn man weniger Groll in sich trägt. Mir ist es nur oft ein zu großer Überschlag im Sinne von, wenn dir das nicht gelingt, dann haftet an dir was an. Also du musst dem Familienmitglied oder wem auch immer vergeben und verzeihen, sonst bist du nicht frei oder gesund oder so mentalweit, wie du denkst. Also es gibt ja verschiedene Varianten, die ich auch immer wieder von Kunden höre, die zu mir zum Guiding kommen, weil sie einfach danach meistens ein paar Fragen haben, weil sie ein Guiding bei mir ganz anders erlebt haben, als ob jetzt ein weltliches Coaching, eine kassenärztliche Therapie oder eben auch eine spirituelle Behandlung. Das ist bei mir anders und alles, was eigentlich eher noch etwas Neues in dir aufbaut, also zum Beispiel das schlechte Gewissen, dass du nicht vergeben, nicht verzeihen kannst, ist aus meiner Sicht einfach eine unheilsame Methode nicht gut. Aber du brauchst auch keine Methoden. Es geht um eine andere Sichtweise, eine andere Betrachtung. Und in dem Wort Sichtweise ist Weise drin und auch das Wort Ich und in Betrachtung ist Achtung drin. Du darfst also weise sein und du darfst dich und auch gleichzeitig dein Gegenüber achten. Das muss aber nicht automatisch einhergehen mit einer Vergebung, einer Verzeihung oder Ähnlichem. Vor allen Dingen, wenn du merkst, du hast da einfach eine Mühe mit. Dann nimm da keine Aufmerksamkeit drauf, keine Energie, sondern wandel einfach. Es geht, wie gesagt, nicht um das eine oder das andere Extrem, sondern es geht in diesem Podcast darum, dass du die wahrhaftig passenden Menschen für dich findest. Und um bei den Eltern zu bleiben, weil wir haben nur eine echte Mutter und einen echten Vater, ist es einfach der Punkt, wie kann ich mit den beiden leben, wenn es nicht eh schon einfach ist, weil einfach alles voller Liebe ist und es passt super gut und die sind wie Kumpels, Freunde oder eben Eltern und ein guter Rückhalt. Und dann muss ich ja nichts dazu sagen, sondern es geht darum, wenn es da ein bisschen knirsch ist, weil wahrscheinlich, aber das musst du selber rausfinden. Das kann ich in einem Podcast für viele hunderte oder tausende von Menschen nicht einheitlich weitergeben. Das musst du für dich selber rausfinden. Es geht nämlich um, finde deinen Clan. Das können deine Eltern sein, müssen aber nicht. Wenn du aber im nicht reinen Sein mit deinen Eltern bist und mir jetzt eben zu meinen, okay, ich war da in irgendwelchen ESO-Kursen oder habe es im Internet gelesen, dass ich ihnen jetzt verzeihen muss oder nimm Eltern für die Menschen, wo es besser passt oder auch passt. Kommst du in einen inneren Konflikt und meine Lebensaufgabe als Heiler ist es, dir bei der Selbsterkenntnis zu helfen, weil dann kann auch die Selbstheilung folgen. Also, geh nicht von einem Extrem ins andere, nicht von Hass in, ich muss jetzt vergeben, um jetzt mal ein Beispiel zu nehmen, sondern fühl einfach mal rein, wie weit kannst du deine Eltern an dich ranlassen? Was haben sie, was du schätzt? Wofür bist du ihnen dankbar? Und da kann alles bei rauskommen, von ich erkenne, ich möchte sie mehr sehen, zu ich nehme wahr, dass ich sie nur noch ganz, ganz selten kontaktieren möchte. Nimm dir die Zeit, das rauszufinden und ich sage mal, die gleiche Vorgehensweise kannst du anwenden für alle Menschen in deinem Umfeld. Das ist sowohl wichtig für die Menschen, die bereits in deinem Umfeld sind und dann eben auch zum Beispiel bleiben oder durch deine Handlungen oder gesprochene Worte oder beides sich etwas verändert. Oder du merkst, wir, ganz ehrlich, passen nicht mehr zusammen, was du dann eben auch kommunizierst oder nicht, aber du merkst, es löst sich so auf und es ist kein Verlustgefühl. Der Mensch fehlt dir eigentlich nicht, zumindest in diesem Augenblick. Vielleicht findet man zu einem späteren Zeitpunkt wieder zusammen, es geht um die Heilung im Augenblick. Und sehr häufig geht es dem Gegenüber übrigens genauso. Dadurch, dass wir aber eher als Mensch konfliktscheu und harmoniebedürftig erzogen worden sind, neigen wir dazu, alles in uns reinzufressen, nicht in unserer Klarheit zu sein und die klar und liebevoll auszudrücken, sondern es krumpflich hinzunehmen und entweder da irgendwie so vor uns hin zu versauern oder auch irgendwann mal einen Ausbruch zu haben, weil einfach so viel angestaute Emotionen irgendwann mal implodieren und raus wollen. Beides, wirst du dir denken können, hat nichts mit Heilung zu tun, sondern das drückt einfach, das macht sauer, also keine gute Idee. So, und wenn du jetzt in diesem Erkennen und Verschieben auch bist, von den Eltern, Partnerschaft, Familie, Freunde, Menschen im beruflichen Bereich, Menschen, die um dich herum wohnen und was es dann eben noch so alles gibt, dann wirst du eine Veränderung merken. Wen schätzt du warum und bist auch demzufolge gerne mit diesen Menschen zusammen? Wo merkst du, dass dich was irritiert und dass du es einfach nicht mehr nicht ansprechen möchtest, sondern es wäre schön, wenn du richtig gut Feedback geben könntest, nicht Kritik. Da gibt es ganz gruselige Sachen, wo die Menschen dann meinen, das wäre jetzt konstruktiv und toll. Nein, Feedback regeln. Ich kann dir jetzt nur mal zuwerfen, so wie ich sie gelernt habe. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich dazu sogar mal einen Podcast gemacht habe. Weiß ich nicht. Geh einfach auf meine Homepage manuelastarkmann.com unter die Rubrik Podcast und da gibst du ins Suchfeld einfach mal Feedback ein und dann vielleicht noch mal mit Kritik probieren. In zwei suchen, vielleicht habe ich dazu schon was gemacht. Also man kann in dem Veränderungsmodus, weil man einfach sagt, ich mag den Menschen, aber manches, da komme ich nicht gut mit klar, ansprechen. Oder einfach so klar leben. Wenn du in deiner Klarheit bist, musst du übrigens sehr viel weniger ansprechen, weil wenn du es lebst, werden es die Menschen in deiner Ausstrahlung sehen. Das ist ja das, warum ich für mich sage, Klarheit ist die Basis für alles. Persönlich, privat, beruflich. Mindestens. Mindestens. Mindestens in diesen drei Bereichen. Bist du in deiner Klarheit, ist es deine Einstellung und die strahlst du aus. In deiner Einstellung kann der Klarheit Heilung folgen. Und in der Ausstrahlung werden Aspekte in deinem Leben sein, die auch zu deinem Erfolg führen. Was immer für dich persönlich Erfolg ist, und damit meine ich, wie du dir denken kannst, ist nicht ausschließlich den beruflichen oder materiellen. Mein Erfolg ist zum Beispiel meine innere Zufriedenheit. Ich bin mit mir zufrieden. Ich bin in meinem inneren Frieden. Das hat eine Zeit gedauert und ich schätze und wertschätze diese Schwingung sehr. Das ist für mich eine Form von Erfolg. Und die kann man mit keinem Geld und nichts der Welt bezahlen. Die ist so wertvoll, dass es dafür keine Währung und keine Anzahl an Goldbarren oder Ähnlichem gibt. Und genau das möchte ich bei dir auch bewirken. Dass du etwas in dir, in deiner Einstellung, in Klarheit hast, was dir niemand nehmen kann. Was dich einfach genau so wundervoll und schön macht, wie du wirklich bist. Aber im Moment einfach durch den fehlenden oder unpassenden Klan nicht lebst. Auch nicht leben kannst. Kurz erwähnt, da geht es nicht um Schuld. Punkt. Ja, und wenn es nicht verändern ist, dann werden auch manche Menschen einfach nicht mehr ins Leben passen. Und da solltest du nicht hadern. Manche Menschen passen irgendwann nicht mehr ins Leben. Vielleicht kommen sie zurück, vielleicht nicht unabhängig. Es ist völlig gleichgültig. Es hat den gleichen Wert. Ja, manches kann outschen. Aber darum geht es nicht. Punkt. Finde deinen Klan. Du weißt, dass ich auch als Berufsbezeichnung Guide gewählt habe und die Vorgehensweise Guiding habe. Sprich, wenn ich mit einem Kunden spreche, ist es Guiding. Wenn ich nicht mit ihm spreche und ihm Energie übertrage, ist es ein Healing. Und im Guiding, als Guide, zeige ich den Menschen einen Weg durch ein Lebensgebiet, ein Lebensthema. Mit meiner Erfahrung, mit ganz viel Wissen, mit sehr viel Erfahrung und mit einer sehr hohen Intuition. Ich werde dir nie sagen, was richtig und falsch ist und ich werde dir nie sagen, was du machen sollst. Ich werde dir immer helfen, in Klarheit zu sein und es selbst zu erkennen und so viel Selbstbewusstsein und folglich Selbstvertrauen zu bekommen, um mutig diesen Weg gehen zu können, zu wissen, was du wie leben willst. Und genau dafür ist es wichtig, dass du primär in deiner Klarheit bist. Es ist gleichwertig wichtig, dass du deinen Klan gefunden hast. Und es kann deine Familie sein. Das können aber auch vollkommen andere Menschen sein, in denen du zum Beispiel nicht in der Blutlinie stehst. Also wie direkte Familie oder zusätzlich auch angeheiratete Familie. Es können Freunde sein. Es kann alleine durch diesen Podcast sich entwickeln, dass du entweder, gerade weil du durch dieses, ich nenne es jetzt mal so Tieren, in dir auch wieder Raum für andere Menschen schaffst und diese Schwingungsveränderung hast, durch die Heilung, die ich dir gerade gebe, auf einmal Menschen triffst, die zu dir gehören und du zu ihnen. Das hat jetzt nichts mit Partnerschaft und Sexualität zu tun. Kann sein, muss nicht. Also wenn du einen Partner hast und es passt, passt das. Es geht um die Menschen, die zu deinem Klan gehören. Also wirklich, wo diese tiefe Herzensverbindung, wo ein Vertrauen, ein Urvertrauen ist. Menschen an unabhängig, woran du glaubst, die du vielleicht aus Vorleben kennst. Und genau deshalb ist dieses, na, dich kenne ich doch irgendwoher in dir. Lass mich dir in Kurzfassung sagen, auch das ist vollkommen wurscht. Mach dir nicht die Arbeit, rausfinden zu wollen, woher, sondern prüfe ganz einfach. Bist du im Moment erstens in deiner Klarheit und zweitens bist du im für dich passenden Klan. Und wie das geht, habe ich dir in diesem Podcast gesagt. Ich glaube, du kommst damit sehr gut selbst zurecht. Höre ihn einfach mehrfach, probiere es aus, beobachte, mach Wenn du das Gefühl hast, du kommst alleine nicht weiter, dann melde dich. Dann melde dich. Melde dich nur, wenn du Veränderung willst. Ich kann dir nicht beim Stagnieren helfen. Ich kann dir nur beim Verändern helfen. Und eine ganz wertvolle Empfehlung ist, finde deinen Klan. Alles Liebe, dein Heiler, Manuela Stabmann Lebe deine Klarheit und mir geht es bei mir ein paar Mal. wenn du mir chịuertest, ich kann mir doch nicht! Vielen Dank.